Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Geometry Dash World 11 Runde direkt verkackt Ach Junge Das fängt hier sehr gut an Ach warum hakt das denn so? Das weiß ich so, den kann ich ja nur noch verkacken Und geschafft! Level Complete Ja sicher ist er Complete Nächsten Level Nächstes Level Oh da wird sogar markiert, dass man da auf mich springt, da ist so gut Ich habe diese Level vorher noch nie gespielt Auch nicht auf irgendwelche anderen Handys Oh miese Sache Ich spiele zum ersten Mal Ja auch schon geschaut Vorher Keil heißt er Unlock New Color Level Complete Yes Nächstes Level Machina oder keine Ahnung Ja Alter Wird klein noch ein bisschen, oder? Jo sicher Alter Wahrscheinlich Ach Auto durch Anlag New Color Level Complete Anlag New Color Level Complete Geil Alter Junge Voll gut Tut mir leid für die kurzen Unterbrechung, aber werbung. Na ja, da geht's. Yes! Diese Jahre. Ach, das ist mit Rakete direkt. Ich dachte, ach so. Oh. Warum bin ich mit Absicht zu quälen, Alter? Ja sicher, Junge. Ja! Eilts ab, Junge. Komm mal klar auf dein Leben, Junge. Warte, tut mir leid, warte, warte, ich muss ihn kurz ruhig hinsetzen. Ich bin jetzt fast da, komm schon, fast da. Ach Junge, das ist doch unappetitlich. Hey, was ist denn los jetzt auf einmal, du? Alter! Komm jetzt aber, komm. Mal kurz ausruhen. Ah, wie soll ich denn wissen, wie weit ich da runter muss? Ist voll gemein, Alter! Bin ich tatsächlich noch einmal verköckelt? Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich bei, warte, wenn ich bei, 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 diese Passage da neben gleich durch bin. Na ja, Leute, bis gleich. Jo, Leute, nach der Passage, Passage, ich weiß, was ich meinte. Also, danach kam sofort das Ziel. Aber, ja, ist egal. Wir haben es geschafft, dass wir eh nur fliegen. Ist nicht nicht so geil, aber, na ja, egal. oder? Wir haben ja auch wieder. Pondlines. Oh, keine Gesehen. Ah, Mies. Ach Junge. Immer wieder diesen selben Scheißfehler machen, das machen aber manchmal viele Leute. Genau wie jetzt, es ist schon wieder der selbe Scheißfehler, jetzt habe ich es. Boah, angeblich, nein, ich dummkopf, da springe ich, ah, fad, Junge. Ich habe doch gedrückt. Also langsam pustet mich das auch ein bisschen, aber ich gebe nicht auf Leute, es wird durchgezogen jetzt, es wird jetzt durchgezogen. Ah, ah, mies Alter. Man lernt nie aus Leute, man lernt nie aus. Auf jeden Fall nicht aufgeben, immer weiter machen. Ah, immer dieselben Fehler, ok, das war ein neuer Fehler. Einfach zu viel gesprungen. Kann man auch mal machen. Ich dachte nicht, was es gerade war, das sagen wir schon. Ah, das wird jetzt kommen. Tust du mich, Junge? Ah, geil, Mann. Ah, ich springe da viel zu früh. Mist. Mist. Ah, mein Arm. Ah, ich glaube ich brauche da erst mal ne Pause, Alter. So, da bin ich wieder und jetzt, ähm, ja, geht es weiter. Oh, ich habe den Ton gar nicht an. Hallo, Ton? Ton? Irgendwie ist Ton gerade weg. Keine Ahnung warum. Ist das Spiel jetzt abgestürzt oder was? Hallo? Ah, Mann ey. Warte mal kurz. Tut mir leid Leute, ich musste mal kurz das Spiel neu starten. Aber irgendwie, keine Ahnung was es hatte. Ist halt einfach aufgerutscht funktionieren. Ah, ich war schon bei 91 Prozent. Wie mies. Oh, der Dorschtbilder, Mann. Mann, gut jetzt. Boah, ich bin gerade bestimmt ein paar Sekunden gerade umgegangen. Nicht ne halbe Stunde. Ich habe gerade eine kurze Pause eingelegt. Aber so kann ich mich jetzt auch besser konzentrieren. Aber der Sound ist geil, Alter. Immer so kurz vor dem Ende. Immer so kurz vor dem Ende. So, jetzt klappt es aber hoffentlich. Ich darf nur noch nicht in diesem selben Fehler machen. Ja, durch, Alter. Level komplett, Leute. Ah, geil, Mann. Haha. Na gut, dann geht es jetzt weiter mit Toxifactory. Ah, was ist das ein Mist, Alter. Ah, was ist das ein Scheiß, Alter. Alter, wie knapp das war. Mist. Alter, wie soll ich das denn hinkriegen, Mann. Nein. Nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Mann. Komm, durchwaschen jetzt. Einzug. Durch, Junge. Oh Mann, ey. Nee. Auch wenn das so einfach aussieht, ne. So einfach ist das gar nicht. Das ist einfach so, boah, ekelhaft. Richtig ekelhaft. Nein. Ah, Mist. Ey, warte. Ich habe irgendwas bekommen. Warte mal kurz. Bevor wir jetzt weiter machen. Nee. Ich glaube, ich werde mal gerne nehmen. Warte, ich war schon bei 77% was. Ich bin ein Alien. 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 Nein. Sorry, dass mein Spaß war gerade kurz leer. Ugh. Jetzt geht's weiter. Hier. Jetzt geht's weiter. Ich muss hier nur ein bisschen, ich mag welchen Platz machen? Ouh, ich mag das Level gerne noch schaffen. Ich möchte das Level gerne noch schaffen, Mann. ich kann jetzt keine scheiße bauen bis hierhin geht das ja alles noch jetzt wird es ein bisschen ekelhafter so jetzt geht es weiter Leute sorry da kommt ein Paket für mich jetzt geht es weiter diesen Chaoshaus hier nein kann das denn noch schaffen wir mit euren Daumen schaffe ich das Werbung schien wieder da hat es gehakt das war dumm halt man das ist so mies Mann immer den selben scheiß Posten ey ich hab vielleicht noch keine Lust mehr Mist 85 ok da käme noch was aber gut komm wir machen weiter jetzt bis wir daran sterben boah wie nett nicht aber ich bewegen sie noch einfach ein bisschen weiter kommen oder zumindest das Level schaffen oder so weiß ich nicht aber die Zeit ist gleich rum aber wir haben heute schon viel geschafft ey schon viel so ja sei doch einfach ruhig ey meine Fresse ein Versuch noch ein Versuch noch das würde ich lieber wie du es ich schaffe war es das das soll es noch für heute gewesen sein dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal was auch immer ich tun machen werde keine Ahnung und ja dann bis zum nächsten Mal tschau